Hallo und willkommen zu einem neuen Top 5 Tipps Video. Heute soll es um effektives Schachtraining gehen, denn ich weiß, dass viele Schwierigkeiten damit haben, ihr Schachtraining richtig zu strukturieren. Ja, jeder möchte gern besser werden, aber am Ende ist es nicht so einfach und die Frage ist, was sollte man am besten tun. Deshalb habe ich euch heute 5 Tipps mitgebracht. Ich werde dabei natürlich auch einige Ressourcen nennen, die ich für gut halte und ich werde auf die verschiedenen Phasen der Partien eingehen. So, ja, dass ihr rundum bessere Spieler werden könnt. Kommen wir direkt zu Tipp Nummer 1. Einen Trainingsplan erstellen und das mit Hilfe von Partieanalysen. Das ist an sich schon erstmal nicht so einfach, denn wie erstellt man überhaupt einen Trainingsplan? Dazu kann ich euch nur empfehlen, überlegt euch vorher, wie viel Zeit ihr in einer Woche aufbringen könnt. Versucht da auch, nicht die Zeit so hoch wie möglich zu schrauben, sondern setzt euch ein realistisches Ziel. Beispielsweise, wenn ihr sagt, ihr habt eine Stunde pro Tag, dann solltet ihr auch etwas Luft haben. Also plant lieber etwas weniger ein, als ihr denkt, dass ihr schaffen könnt. Ja, es passieren häufig unvorhergesehene Dinge, die man dann einfach eben nicht einplanen kann. Gerade für die Erwachsenen unter euch, dann wird eben mal das Kind krank oder man steht vielleicht nach der Arbeit im Stau oder das Kücheputzen dauert doch mal länger. Das sind alles Sachen, die plant man häufig weniger ein, als sie dann eben im realen Leben doch vorkommen. Und es ist immer leichter, am Ende mehr Training zu machen, als man geplant hat, als die Stunden am Tag zu vermehren. Denn der Tag hat eben nur 24 Stunden und wenn die voll sind, sind die voll, da können wir nichts weitermachen. Also plant lieber etwas weniger ein, auch wenn ihr jetzt bisher gar kein strukturiertes Training gemacht habt, dann ergibt es gar keinen Sinn, mit drei Stunden am Tag zu starten, denn das hält man normalerweise einfach nicht durch. Nun habe ich noch ein paar Beispiele zum Thema Partieanalyse und Fehleranalyse mitgebracht, einfach um ein bisschen zu erklären, wie man beim Partieanalysieren vorgehen sollte und ja, welche Schlüsse man daraus ziehen kann. Das hier ist eine ganz, ganz alte Partie von mir. Ich habe die nur gefunden und dachte, das ist eigentlich ein gutes Beispiel zum Thema Endspiel. In dieser Stellung war Weiß am Zug. Grundsätzlich, wenn man sich das anguckt, sollte schon Remis sein. Also ja, Schwarz hat zwei Bauern gegen ein Bauern im Turmendspiel, aber Turmendspieler haben ja eine recht hohe Remis-Tendenz. Und da ist ein Mehrbauer häufig nicht besonders viel wert. Und hier sollten wir jetzt mal schauen, was ist in der Partie passiert. Mein Gegner, also ich war hier Schwarz, aber das spielt eigentlich keine große Rolle. Mein Gegner spielte hier König G1. Das ist tatsächlich kein guter Zug. Der verliert die Partie. Und hier kann Schwarz G4 spielen, mit der Idee, nach Schlagen natürlich nicht zu schlagen, denn hier würde mit Turm C3 die Philidor-Verteidigung aufgebaut werden. Sondern König G3 zu spielen und diesen Bauern auf G4 als Regenschirm zu nutzen. Jetzt ist der Punkt, man möchte F3 spielen und Turm B1. Und hier kommt auch ein weiterer Punkt. Hier sollte man einfach die theoretischen Stellungen kennen. Wenn man weiß, dass mit dem F-Bauern die passive Verteidigung nicht funktioniert, dann weiß man, dass diese Stellung gewonnen ist. Denn Weiß kann nicht von hinten Schachs geben. Nach Turm C1, F3, G5 gewann Schwarz ganz typisch. Schach, Schach und F2. Und am Ende folgt ein Spieß und Schwarz holt sich eine neue Dame. Aber wie bereits erwähnt, natürlich kann Weiß die Ausgangstellung Remis halten. Der aus meiner Sicht beste Zug dafür ist hier Turm F5. Wir haben bereits gesehen, die schwarze Idee ist G4. Das geht hier nicht so gut, denn nach Turm schlägt F4 ist der Bauer auf G4 erstmal gefesselt. Man muss aber noch König G3 rechnen. Denn nach Turm schlägt G4, König schlägt F3 würde man plötzlich auch verlieren. Wegen Turm B1 Matt und der Drohung gegen den Turm. Aber stattdessen kann Weiß Turm F8 spielen. Und wenn Schwarz hier schlägt, dann hat man jetzt die Schachs von hinten. Und das ist dann sofort Remis. So, was können wir jetzt dann hier aus dieser Partie mitnehmen, wenn wir diese Partie gespielt haben und vielleicht auch verloren haben? Was sollten wir uns merken? Ich sehe ganz häufig, dass man sagt, ah ja, ich war irgendwie in Zeitnot, dann habe ich das eingestellt und das war's. Aber das ist eine Information, mit der können wir jetzt nicht super viel anfangen. und vor allem wird die uns gar nicht dabei helfen, besser zu werden. Das Einzige, was wir vielleicht sagen könnten, ist, okay, du warst in Zeiten und dann spiel vielleicht etwas schneller. Aber gerade in solchen Endspielen ist es natürlich recht typisch, dass irgendwann die Zeit leer ist, weil wenn man schon irgendwie bei Zug 50, 60 ist, wenn man vorher gar nicht nachgedacht hat, ist es ja auch wieder nicht gut. Das heißt, okay, ein bisschen schneller spielen, Zeit besser einteilen, ist eine Sache, die kann man üben. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Essentielle hier. Hier ist das Essentielle, warum hat man diese G4-Idee übersehen? Das könnte daran liegen, dass man vielleicht die theoretischen Stellungen in den Turmendspielen nicht so gut kennt, was dann wiederum zur Folge haben sollte, dass man da etwas mehr Zeit im Training reinstecken sollte. Schauen wir noch ein weiteres Beispiel an. Und zwar schauen wir hier aus schwarzer Sicht, das ist jetzt eine Mittelspielstellung, einfach um natürlich verschiedene Arten von Stellungen zu zeigen. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, natürlich auch gerne mal das Video anhalten und überlegen, wie ihr spielen würdet. Ich glaube, hier ist die Einschätzung der Stellung schon gar nicht so einfach. Dieser Läufer auf F6 und der Turm auf H7, die wirken schon ein bisschen wie eine Macht, aber andererseits, der Turm auf H7 steht auch ein bisschen komisch, wenn Weiß es nicht schafft, irgendwie den H-Bauern nach vorne zu schicken. Und Schwarz hat hier zwei sehr aktive Figuren. In der Partie spielte Schwarz hier Turm C1 und nach Turm schlägt C1 Springer E2, folgte König F1, Springer C1 und H4. Und tatsächlich hat Schwarz jetzt hier einfach quasi sofort verloren, denn Weiß bildet einen Freibauern und der H-Bauer ist dann nicht zu stoppen. Ich zeige noch kurz den Rest der Partie. Schlägt, Schlägt, Springer C3. Jetzt folgt der F3, damit der Springer nicht nach E4 kommt und nach D4, H6. Springer D5, Turm, H8, Schlägt, Schlägt, König F8, H7. Zieht der Bauer in zwei Zügen durch und Schwarz kann da nichts gegen machen, deshalb 1-0. Aber kommen wir nochmal zur Ausgangsstellung. Steht denn Schwarz jetzt hier schon auf Verlust oder kann man vielleicht noch was anderes machen? Tatsächlich steht Schwarz hier auch nicht mal schlechter. Schwarz könnte mit Springer E2 fortsetzen. Und nach König G2, G5 spielen. Und plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Denn der Turm auf H7 steht jetzt einfach ein bisschen komisch. Der wird natürlich nicht verloren gehen, aber wenn er abgetauscht werden muss, dann wird er im Prinzip gegen den passiven schwarzen Turm getauscht. Das sollte im schwarzen Sinne sein. Und zurück kann er gar nicht mehr so einfach wegen dieser Springer F4 Gabel. Und Springer F4 ist natürlich auch so eine Idee. Was hier ganz wichtig ist, man behält hier den aktiven Turm auf C2. Und damit kommen wir auch hier zum Fehler. Auch hier kann man wieder sagen, ah, Zeitnot und ich habe mich verrechnet, irgendwie sowas. Aber ich glaube, hier liegt ein ganz anderer Fehler zugrunde. Denn man hat hier den Wert der Figuren nicht richtig gewürdigt. Der Turm auf C2, der ist sehr aktiv und vor allem ist der dadurch einfach viel besser als der Turm auf D1. Und deshalb sollte man ihn auch nicht abtauschen, wenn es nicht direkt irgendwie zu großen Vorteilen führt. Und hier ist, glaube ich, recht klar, also da passiert nichts direkt. Deshalb ist das ein strategischer Fehler. Das heißt, beim Ab... Also hier sollte man vielleicht etwas mehr den Fokus auf Abtausch im Training legen. Denn, ja, aktive und passive Figuren zu tauschen ist, wenn man der Aktivere ist, nicht so clever. Und nur noch ein drittes Beispiel. Hier geht es tatsächlich jetzt gar nicht so sehr darum, was wir für Schlüsse fürs Training daraus ziehen können, sondern auch wie man Partien analysieren sollte. Denn ich weiß, das fällt vielen Leuten auch schwer, das alleine zu tun. Natürlich, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt, dann ist es vermutlich am besten, das mit einem Trainer zu machen. Aber ich weiß, nicht jeder möchte viel Geld ins Hobby stecken oder manche können es eben auch einfach nicht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber, ja, dafür ist es eben gut, wenn man weiß, wie man es machen sollte. Denn wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist es gar nicht so einfach. Das ist eine Stellung aus meiner Partie, die war erst kürzlich. Und ich fand, die war ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich war hier weiß und, ja, die Frage ist, wie sollte weiß fortsetzen? Im Prinzip hatte ich so zwei Kandidaten. Also einer ist natürlich auf E6 zu schlagen und dann irgendwie mit Läufer H3 fortzusetzen. Und der andere war für mich D4 spielen, den Bauern auf D5 festlegen und damit einfach, ja, die Option auf E6 zu nehmen, hinaus zu zögern. Und hier in der Analyse wird man ganz schnell feststellen, okay, der Computer sagt sehr deutlich, Springer schlägt E6, ist der beste Zug. Ich habe stattdessen D4 gespielt. Und was jetzt viele machen ist, sie sagen, okay, ja, D4 war nicht gut, Springer schlägt E6 war besser. Und dann gucken sie einfach die Partie weiter. Aber ich habe in der Partie Springer schlägt E6 gesehen und das Problem war, das ist jetzt der Punkt, da muss man weiterschauen, mir war die Stellung hier nach Läufer H3 E5 nicht so klar. Zumindest war sie für mich nicht klar besser als die Stellung, die ich nach D4 erreicht habe. Und das ist der Punkt, wo man wirklich dazu kommt, mit dem Computer zu arbeiten und wo man den eben als Trainingspartner einsetzen kann. Ihr guckt euch an, welche Züge haben euch gestört oder auch welche Züge stören euch jetzt. Und ihr müsst die Varianten immer anschauen, bis ihr genau versteht, warum der eine Zug besser ist als der andere. Hier zum Beispiel sagt der Computer, okay, du willst jetzt Läufer E6 spielen. Gut, König H8, das ist logisch. Und hier, ganz, ganz wichtige Idee, Weiß spielt Dame E3 und provoziert damit den Zug D4, weil man darf nicht schlagen, ja, wegen Matt. Und nach D4 schlägt man auf F8, Turm schlägt und Dame C1. Und jetzt kommt eigentlich die Pointe dieser ganzen Idee, mit Springer schlägt E6. Weiß kriegt jetzt entweder auf der C-Linie sehr gutes Spiel oder auf der F-Linie. Also nach Dame C1, Turm C1 ist, glaube ich, recht klar, dass hier der Damenflügel von Schwarz schon sehr geschwächt ist und recht wichtig ist, dass sowas wie Turm F2 einfach nicht besonders gut ist. Also man kann hier wahrscheinlich sogar mit Läufer G4 einfach den Bauern decken und König G1 spielen, aber man könnte auch über Läufer C8 nachdenken. Das heißt, ja, hier steht Weiß dann einfach besser und die weit vorgerückten Bauern von Schwarz sind plötzlich eher eine Schwäche als alles andere. Und wenn Schwarz auf F1 nimmt, dann nimmt die Dame und ja, auch hier können wir sehen, die weiße Dame möchte gerne eindringen. Der König kann sich irgendwie auf G2 verstecken, sodass erstmal keine Schachs kommen. Und auch hier ist die schwarze Stellung jetzt wieder unangenehm. Und das ist so der Punkt, an dem würde ich verstehen, aha, deswegen ist Springer schlägt E6 besser als D4. Und das ist auch etwas, das hilft unserem Schachverständnis. Wenn wir einfach nur sagen, wir gucken die Partie an, ach, Computer sagt Springer schlägt E6, ja, okay. Das hilft uns nicht, ja. Das ist eine Info, mit der können wir nicht besonders viel anfangen. Die wird unserem Schach nicht helfen, denn ich werde genau diese Stellung vermutlich nicht nochmal kriegen. Das heißt, nur genau diesen Zugspringer schlägt E6, der hilft mir nicht. Ich muss verstehen, was ist die Idee und eben auch, was ist dann die Idee vielleicht in ähnlichen Stellungen, was für Ideen hat man in solchen Stellungen. Gut, das war's mit Tipp Nummer 1. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Probieren geht über Studieren. Eröffnungen. Also, ja, hier habe ich mich entschieden, jetzt bei den nächsten Tipps einfach über verschiedene Partiephasen im Prinzip zu sprechen. Und bei Eröffnungen gibt es auch ganz, ganz wichtige Dinge, die aus meiner Sicht häufig nicht beachtet werden. Natürlich erstmal, wie kann man Eröffnungen lernen? Ich denke, es gibt im Moment online so viele Ressourcen, da hat man wirklich Auswahl. Also, es gibt eine Menge YouTube-Videos, es gibt, ja, unendlich viele Kurse auf unendlich vielen Seiten. Es gibt natürlich auch Bücher. Ich sage mal, bei Bücher ist der Nachteil, dass sie grundsätzlich, also schneller, nicht mehr up-to-date sind, weil man kann nichts mehr verändern, nachdem es gedruckt wurde. Aber an sich sind Bücher natürlich auch eine super Quelle. Und ich selbst nutze auch Bücher und Kurse zum Eröffnungenlernen, beziehungsweise natürlich hauptsächlich als Grundlage. Und dann analysiere ich selbst weiter. Man kann Eröffnungen natürlich auch vollständig selbst analysieren. Da sollte man sich aber bewusst machen, das kostet viel Zeit. Und vielleicht ist es da eben tatsächlich zeitlich sinnvoller, 30 Euro in ein Buch zu investieren oder so. Und was auch wichtig ist, wenn man Eröffnungen selbst analysiert, sollte man auch ein bisschen wissen, was man da macht. Also man sollte nicht nur die Engine anschauen und klick, klick, klick machen, sondern man sollte schauen, was spielen die Leute, was sind die Hauptvarianten, weil sonst kommen da irgendwie häufig irgendwelche Müllvarianten raus, die noch nie jemand gesehen hat und die man damit dann auch nicht aufs Brett bekommt. Ja, aber okay. Also es gibt sehr, sehr viele Ressourcen, da könnt ihr natürlich nutzen, was ihr wollt. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt. Man sollte natürlich aktuelle Partien anschauen, um ein bisschen zu verfolgen, was gerade passiert. Aber was noch viel wichtiger ist, wenn ihr Eröffnungen lernt, ihr müsst Partien spielen. Ich sehe ganz häufig, dass viele Leute einfach nur irgendwelche Kurse stur auswendig lernen. Und am Ende gehen sie zum Turnier und spielen da ihre erste Partie und oh, schwupps, einen Zug vergessen. Und das passiert eben viel häufiger, wenn man keine Praxis hat. Also ich kann natürlich vor allem auch von mir sprechen. Wenn ich eine Stellung einmal auf dem Brett hatte, dann merke ich mir die Variante fast problemlos jahrelang. Wenn ich das aber nur am Computer durchklicke, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Und dann vergesse ich das auch sehr schnell. Das heißt, ihr müsst Partien spielen. Das hilft im Übrigen auch sonst noch dabei, eben festzustellen, was für Varianten ihr am Ende wirklich aufs Brett bekommt. Aus meiner Sicht bieten sich da vor allem Schnellschachpartien an. Ich muss zugeben, ich selbst spiele da persönlich Blitz, einfach weil man natürlich etwas mehr Partien in weniger Zeit unterbringen kann. Also Schnellschachpartien kosten ja am Ende schon recht viel Zeit. Und wenn es vor allem darum geht, die Eröffnungen zu üben, dann ist Blitz auch keine schlechte Sache. Bullet würde ich eher nicht empfehlen, weil das ist auch eine Sache, am Ende möchte man die Eröffnungszüge ja vielleicht nicht einfach nur wirklich komplett auswendig gelernt haben, sondern wenn man auf die Stellung guckt, dann möchte man vielleicht auch in der Lage sein, sie einfach zu finden, aber im Bullet hat man dafür gar keine Zeit. Also entweder der Zug ist sofort da oder man macht eben irgendwas. Deshalb lieber etwas Blitz spielen. Da hat man ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Man sieht auch liegen einem die Stellungsbilder. Denn manchmal ist das ja auch ein Problem. Ich finde, die Eröffnung sieht total gut aus, aber ich kann die Stellung einfach nicht spielen. Das muss nicht unbedingt zur Folge haben, dass man eine andere Eröffnung spielt, aber man sollte darüber nachdenken, war das jetzt wirklich die richtige Wahl oder ist vielleicht etwas anderes einfach passender für mich. Also Spielpraxis ist ganz wichtig beim Eröffnungen lernen und verschiebt das auch nicht aufs Ende des Kurses oder des Buches, was ihr da anschaut. Wenn dann eben doch mal was kommt, was ihr noch nicht angeguckt habt, dann ist das nicht so schlimm. Dann schaut ihr das eben danach an. Das tut ja nicht weh. Deshalb sind das ja Trainingspartien. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3. Die Mischung macht's. Als erstes sollten wir vielleicht darüber sprechen, was gibt es überhaupt für Methoden im Rechentraining. Ich habe nämlich das Gefühl, die meisten greifen da einfach nur auf irgendwelche Taktikaufgaben online zurück, was natürlich keine schlechte Sache ist, aber es ist nicht das Einzige, was man tun kann und wahrscheinlich auch nicht das Einzige, was man tun sollte. Dazu sollte man auch wieder ein bisschen analysieren, was hat man eigentlich so für Probleme beim Rechnen. Wo gehen die meisten Dinge schief? Und ja, eine Methode, von der ich recht großer Fan bin, ist das Woodpecker-Training. Da gibt es auch ein Buch zu von Axel Smith und Hans Tikanen und ich habe das auch mal durchgearbeitet, als das rauskam, kurz danach natürlich. Und am Ende, man weiß nie, besteht da jetzt ein direkter Zusammenhang, aber nachdem ich das fertig hatte, habe ich recht viel Elo in recht kurzer Zeit gewonnen und vor allem sehr wenig eingestellt. Also vielleicht klappt das. Worum geht es beim Woodpecker-Training? Im Prinzip nimmt man sich ein Set von mehr oder weniger leichten Aufgaben und löst die, also ein recht großes Set, und löst die von Anfang bis Ende. Nach einer kurzen Pause löst man die nochmal. Und also das soll nicht alles in einer Session passieren, sondern so über Wochen hinweg und dann sollte der Zeitraum immer kürzer werden, weil man hat die Aufgaben ja schon mal gesehen. Das soll dabei helfen, Motive zu verinnerlichen. Und eben auch dabei helfen, möglichst leichte Taktiken nicht mehr zu verpassen, denn das ist das, was am schmerzhaftesten ist. Wenn ich eine super komplizierte Kombination verpasse, dann, ja okay, das war eben einfach schwierig. Wenn ich aber eine zweizügige Taktik verpasse, dann denke ich mir, das war jetzt wirklich unnötig. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, um Motive zu verinnerlichen und auf Nummer sicher zu gehen, dass man bei leichten Taktiken auf jeden Fall aufmerksam ist und die sieht. Dann eine Möglichkeit für viele, die Probleme beim Visualisieren haben, denn das sehe ich auch häufiger, dass viele sagen, ja, ich kann mir die Stellung einfach nicht vorstellen. Da kann Blindtraining hilfreich sein. Das klingt jetzt vielleicht absurd, so jemand sagt, man kann sich die Stellung nicht vorstellen und dann soll man blind irgendwie Aufgaben lösen oder blind Partien spielen. Das ist ein bisschen Übungssache. Und natürlich ist das am Anfang schwer und man wird dann sicher auch mal den einen oder anderen Fehler machen. Aber es wird besser mit der Zeit. Man muss sich eben nur dazu zwingen und den inneren Schweinehund überwinden und dann wird man auch besser Stellung visualisieren können. Bei Leechers kann man zum Beispiel blind Partien spielen und was ich auch sehr empfehlen kann, es gibt Aufgaben, da wird einem eine Stellung gezeigt und dann irgendwie ein, zwei, drei Züge angesagt und nach diesen Zügen gibt es eine kleine Taktik. Das ist jetzt natürlich nichts für Anfänger, aber das hilft auch sehr dabei, bei Visualisierung zu üben. Am Anfang fällt einem das sehr schwer, aber es wird immer leichter und man kann natürlich diese Serie an Zügen dann auch beliebig lang machen im Prinzip. Ja, das war es zum Blindtraining und dann würde ich gerne noch Studien erwähnen. Denn Studien sind sehr, sehr gut, wenn man Probleme hat, die gegnerischen Möglichkeiten zu beachten. Das ist normalerweise keine aktive Entscheidung, also niemand setzt sich hin und sagt, ach, ich gucke einfach die guten Züge von meinem Gegner nicht an. Aber tatsächlich ist das genau das, was vielen Leuten passiert. Und dafür sind Studien sehr, sehr gut. In Studien haben die Gegner immer irgendwelche kleinen Tricks, das heißt, man ist von Anfang an gezwungen, darauf zu achten, weil man weiß, es gibt was. Und wenn man sich dieses Denken erstmal angewöhnt, dann wird es auch in der Partie viel leichter. Und dazu habe ich hier jetzt auch einfach mal eine Studie mitgebracht, um ein bisschen zu zeigen, wie das funktioniert. Wenn ihr gern selbst üben wollt, dann haltet das Video an und löst die Studie und schaut erst dann weiter. Hier, ja, die Schwerung ist etwas komisch. Schwarz hat eine Figur mehr, aber weiß hat zwei sehr weit vorgerückte Bauern. Und ich sag mal, der für mich auf den ersten Blick logischste Zug ist B8 Dame. Das sieht auch total super aus, denn nach Sprenger schlägt B8 erkenne ich hier ein wichtiges Motiv. Sprenger auf der achten Reihe und wenn so ein Bauer auf der siebten auftaucht, dann ist er normalerweise nicht aufzuhalten. Jetzt deckt natürlich der Turm von C1 noch den Bauern auf C7. Deshalb sollte die Idee sein, den Turm abzulenken und dann auf C7 zu nehmen. Und hier haben wir eben genau das. Bauer auf der siebten Reihe greift Sprenger an und das Problem ist, Schwarz kann nur entweder C8 oder B8 decken. Und ja, auch die Schachs helfen hier nichts, denn der König läuft einfach weg. Und es gibt kein Schach mehr auf der dritten Reihe. Das heißt, hier wandelt der Bauer um. Jetzt ist aber das Problem, wir haben die schwarzen Möglichkeiten nicht beachtet. Wir haben nur darauf geachtet, was wir gerne hätten. Wir hätten gern, dass Schwarz auf B8 schlägt und wir dann Turm B1 spielen können. Aber Schwarz kann ja noch was anderes spielen. Schwarz kann nämlich mit Turm C6 starten. Und ja, was ist hier der Punkt? Nach König H5 kann jetzt Springer schlägt B8 folgen. Und jetzt ist das Problem, wir haben diese Turm B1-Ressource nicht mehr, weil der Turm eben nicht mehr auf C1 steht und nach B schlägt C7 Springer A6. Hätte Weiß wahrscheinlich sogar ein Problem. Oder du musst jetzt langsam aufpassen, weil der Bauer auf C7 jetzt natürlich auch ganz hängt. Aber okay, am Ende wird es wahrscheinlich Bauer gegen Springer. Jetzt sollten wir also nochmal zur Ausgangstellung schauen. Was kann man denn hier stattdessen machen? Die Idee sah ja super aus, aber es hat eben nicht funktioniert, weil Schwarz einen kleinen Trick hatte. Und genau deshalb ist hier B8 Springer der richtige Zug. Was ist hier der Punkt? Naja, der Punkt ist, der schwarze Springer hängt und Schwarz möchte auch natürlich nicht diesen Bauern auf B6 auf dem Brett behalten, denn sonst läuft er wahrscheinlich sehr schnell durch. Also die Idee, wenn der Springer wegzieht, zum Beispiel Springer C5, hier kann man jetzt auch auf C7 schlagen und dann hat man anschließend wieder die Turm B1 Idee und ja, einfach völlig, völlig vorbei. Und nach Springer schlägt B8, jetzt haben wir genau die Stellung, die wir wollten. Der Springer auf B8 verhindert nämlich Turm C6 Schach. Das heißt, plötzlich ist Springer schlägt B8 der einzige Zug. Und nach Turm B1 schlägt, B schlägt, haben wir wieder dann die Möglichkeit, im nächsten Zug die Dame zu holen. Und weil die schwarzen Figuren so weit weg vom König stehen, gibt es hier auch keine Festung oder so. Ja, das war das Beispiel zu Studien. Das war jetzt keine einfache, aber ich wollte vor allem illustrieren, dass man auf die gegnerischen Möglichkeiten achten muss und dass Studien eben sehr gut sind, um genau das zu tun. Dann wollte ich noch ein Beispiel von Leechess zeigen, denn ich weiß natürlich, viele lösen Aufgaben online. Leechess ist da auch gut für. Ich muss sagen, für etwas motivbasiertere Aufgaben gefällt mir Chess.com noch etwas besser. Also das sind richtige Taktikaufgaben bei Leechess. Die sind computergeneriert, das merkt man auch. Bei Chess.com, die sind von Menschen ausgewählt und ja, überprüft. Das heißt, die bei Chess.com sind etwas leichter und für schwächere Spieler auf jeden Fall mehr geeignet. Aber Leechess ist natürlich auch in Ordnung. Eine weitere Webseite, die ich empfehlen kann, ist Chess Tempo. Da gibt es auch super Aufgaben, aber die sind recht schwer. Aber ja, vielleicht für manche von euch interessant. Ich werde das auch einfach unten in der Infobox mal noch hinschreiben. Dann könnt ihr euch da aussuchen, was euch gefällt. Ich habe keine Kooperation mit irgendeiner dieser Webseiten. Das ist einfach, was mir gefällt und was ich euch empfehlen kann. Also ja, hier kleine Aufgabe. Und hier möchte ich vor allem die Technik zeigen, wie man das machen sollte, also wie man Aufgaben lösen sollte. Denn ich weiß, dass das online manchmal gar nicht so einfach ist. Man tendiert sehr dazu, schnell einen Zug zu spielen, der einfach nur gut aussieht. Hier zum Beispiel, was mir direkt ins Auge springt, ist der Zug Dame C4. Ich mache mal einen Pfeil. Das droht Springer D4, dann wäre die schwarze Dame gefangen und vor allem droht das auch Dame A6 Schach und Matt. Aber hier ist ganz wichtig, jetzt nicht A Tempo Dame C4 zu spielen und zu sagen, ah, der sieht gut aus, der muss das sein. Fürs Training ist es viel, viel besser, wenn wir uns vorher Gedanken über alle möglichen Varianten machen. Also sollten wir hier überlegen, okay, wir machen Dame C4. Es droht Springer D4 und es droht Dame A6. Was kann denn Schwarz dagegen machen? Schwarz kann Springer C6 spielen. Das verhindert den Zug Springer D4. Und nach Dame A6 droht auch kein Matt mehr, weil ja der Bauer auf A7 gedeckt ist. Also was dann? Dame C4, Springer C6. Dann sollte man trotzdem Springer D4 spielen. Das greift die Dame an und das greift den Springer an. Die Dame hat ja keine Felder, deshalb muss der Springer im Prinzip schlagen. Und dann folgt wieder Dame A6. König B8, Dame A7. König C8, Dame A8. Und das werden wir jetzt mal aufs Brett stellen und schauen, ob das stimmt. Dame C4, Springer C6, super. Springer D4. Okay, jetzt kommt Dame C3. Der überrascht mich, ehrlich gesagt. Aber was sollten wir hier spielen? Schauen wir. Es gibt natürlich Dame C3. Schauen wir noch kurz, ob wir Matt setzen können. Also irgendwie Dame A6, König B8, Springer C6. Nein, da läuft der König hoch. Erstmal nach C8 und dann läuft er wieder raus. Das sollte also nicht richtig sein. Ja, was habe ich gerade? Ich habe Dame gegen Turm. Das heißt, Dame schlägt C3. Sollte in Ordnung sein und war jetzt richtig. Also ganz wichtig, wenn ihr Aufgaben online löst, man tendiert schnell dazu, einfach den erstbesten Zug, der einem gefällt, zu spielen. Und das kann funktionieren. Das kann richtig sein und es kann auch sein, dass ihr danach dann die richtigen Züge findet. Aber der Trainingseffekt ist viel größer, wenn ihr von Anfang an versucht, auch die gegnerischen Möglichkeiten zu berechnen und die Variante von Anfang bis Ende zu sehen. Denn am Ende müsst ihr euch immer überlegen, so in einer Partie, wollt ihr das Risiko eingehen, dass der Zug nur gut aussieht und dann falsch ist? Also, ich glaube, dass eine verlorene Partie deutlich schmerzhafter ist als eine falsche Taktikaufgabe. Und genau deshalb sollte man sich bewusst machen, dass es etwas leichter ist, in der Taktikaufgabe so sorglos zu sein, aber dass das eben auch eine Angewohnheit ist, die man in Partien dann nicht mehr loswirkt. Gut, kommen wir nun zu Tipp Nummer 4. Verstehen und Anwenden sind unterschiedliche Dinge. Dazu habe ich auch ein recht aktuelles Beispiel mitgebracht und hier soll es jetzt vor allem um Endspiele gehen, aber an sich, also den Spruch, kann man natürlich auch auf andere Partiephasen anwenden. Wenn einem jemand etwas erklärt, dann wirkt das immer deutlich leichter, als wenn man es am Ende selbst machen muss. Und das hier ist ein Beispiel zum Thema Bauern-Durchbruch. Das ist so das Standardbeispiel, was allen als erstes gezeigt wird. Das kommt zum Beispiel auch in meinem Lehrvideo zum Thema Bauern-Durchbruch vor. Weiß kann hier gewinnen, aber nur, wenn Weiß schnell und akkurat spielt. Weiß sollte hier B6 spielen, mit der Idee, dass egal welcher Bauer schlägt, man zieht dann den entgegengesetzten Bauern vor und räumt so dem eigenen Bauern den Weg frei. Wenn ihr da an genaueren Erläuterungen interessiert seid, dann schaut einfach in das Video. Es geht hier vor allem darum, ein bisschen Zusammenhänge zu zeigen. Das ist recht einfach. Wenn man das einmal gesehen hat, ist das auch super und genau in diesem Beispiel kann man das dann danach auch anwenden. Aber das Problem ist zum Beispiel theoretische Endspiele. Wir werden selten exakt genau diese Stellung bekommen, die wir angeschaut haben. Sondern wir müssen genau verstehen, was wir da machen, warum wir es machen und wie wir das eben in verschiedenen Stellungen anwenden können. Und dazu muss ich einfach sagen, Übung ist wichtig. Aufgaben lösen, also verschiedene Aufgaben zu einem Thema, zum Beispiel zum Thema Bauerndurchbruch. Denn das sieht am Ende immer ein bisschen anders aus und dann muss man das erkennen, ohne dass einem jemand sagt, dass es einen Bauerndurchbruch gibt. Und da hatten wir zuletzt beim Medropa Cup ein schönes Beispiel zu. Hier war Schwarz am Zug und tatsächlich hat Schwarz das Thema Bauerndurchbruch nicht erkannt. Hier sehen wir auch, die Stellung ist jetzt schon deutlich komplizierter als das, was wir eben gesehen haben. Ja, also es sind noch Bauern auf beiden Flügeln da und es ist alles gar nicht so einfach. Hier sollte man aber sehen, Schwarz hat drei Bauern am Königsflügel gegen zwei. Und der direkte Weg, einen Freibauern mit G4 zu bilden, der funktioniert einfach nicht, weil Weiß da schnell genug da ist. Also ich zeige das mal kurz. F3 nimmt und nach G3 kriegt Weiß den G-Bauern, Schwarz bekommt den F-Bauern, aber diese Stellung ist Rimi. Was dann? Für einen Durchbruch muss man natürlich erst mal die Voraussetzungen schaffen. Hier zum Beispiel würde man gerne mit G4 und F3 die beiden Bauern ablenken und dann den H-Bauern losschicken. Deshalb sollte man hier H4 spielen. Und jetzt nach König E4 kommt erst mal das nächste Problem. Also jetzt geht natürlich sowas wie G4, F3 nicht so gut, weil der König nehmen kann. Deshalb muss man jetzt Weiß auch noch austempieren. A5. Der Punkt ist, nach A4 hat man B6, Weiß ist im Zugzwang, muss den König ziehen und dann folgt G4. Deshalb, ja, zum Beispiel A3 und jetzt B5. Und wieder hat Weiß das Problem, nach B4 folgt A4, nach A4 folgt B4 und nach König D4, G4. Jetzt kommt die Idee. Nach Schlägt kommt F3 und der Bauer möchte nehmen und hier läuft der H-Bauer durch. Der König ist nicht im Quadrat. Das heißt, der Durchbruch ist geglückt. Und nach F3 kann man natürlich auch noch König E3 anschauen. Uff, hier wollte ich noch König E4 anschauen. Und nach F3 Schlägt nimmt Schwarz wieder auf H3 und wieder läuft der Bauer durch. Ja, wir haben gesehen, vom Schwierigkeitsgrad sind das natürlich unterschiedliche Dinge. Aber an sich, wenn man weiß, was ein Durchbruch ist, dann sollte man das finden können. Aber so einfach ist es eben nicht. Deshalb, wenn ihr theoretische Endspiele anschaut, dann versucht, die Stellung ein bisschen zu verändern. Spielt das vielleicht gegen einen Trainingskameraden oder spielt das gegen den Computer, das geht auch. Versucht die Stellung zu ändern und zu schauen, so kann ich das immer noch anwenden. Weil, wenn man es nur erklärt bekommt, dann wirkt es häufig sehr, sehr leicht. Und das lässt dann den Eindruck erstehen, ich habe das verstanden, ich kann das. Aber, ja, der Weg von, man versteht, was einem erklärt wird, zu ich kann das in einer Partie anwenden, ist deutlich länger, als die meisten denken. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst und auch noch, ja, einfach in dem Training etwas aktiver an solchen Stellungen arbeitet. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 5. Lerne von den Fehlern anderer. Ja, hier sollen jetzt einfach noch ein paar Tipps zum Thema Strategietraining kommen. Wie arbeitet man am besten daran, ja, Planfindungen, also, wie findet man am besten Pläne in der Partie, wie versteht man, wie man Bauernstrukturen zu behandeln hat. Dazu kann ich euch auch empfehlen, es gibt so viel Material, also ich habe zum Beispiel jetzt bei mir auf dem Kanal eine Playlist zu Bauernstrukturen, es gibt da auch ein sehr gutes Buch, Chess Structures, das kann ich wirklich empfehlen, also wenn ihr daran Interesse habt, absolut super Buch. Es gibt auch ein schönes Buch von Johann Halston, Chess Strategic, irgendwas mit Strategy, schaut da mal nach, da gibt es eine ganze Menge gute Aufgaben drin und ich werde das auch unten verlinken, einfach damit ihr da nachschauen könnt, da fällt mir dann der Name auch wieder ein und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Also Aufgaben lösen ist natürlich immer eine super Sache, selber machen ist sowieso das allerbeste, aber was kann man auch machen? Man kann kommentierte Partien anschauen, dabei ist aber auch immer ganz wichtig, mitdenken, so wenn ihr was nicht versteht, dann schaut nach, dann überlegt, warum erwähnt der Autor meinen Zug gar nicht? Oder ich hätte hier was anderes gemacht, was passiert denn dann? Dazu könnt ihr dann natürlich auch, wenn ihr möchtet, den Computer zur Hilfe nehmen, aber auch da gilt wieder, immer die Engine nur anschalten, wenn ihr so lange schaut, bis ihr es verstanden habt. Was man auch machen kann, ist natürlich Kommentierungen online anschauen, auch das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, um ein paar mehr Ideen in das Repertoire aufzunehmen, also in das Mittelspielrepertoire, denn wenn starke Großmeister irgendetwas kommentieren, also insbesondere, wenn es gute Kommentatoren sind, dann fallen da natürlich auch viele Ideen, sie erklären gut, warum jetzt manche Züge gespielt werden, was die grundlegende Idee dahinter ist und warum man das vielleicht in solchen Stellungen so macht. Aber auch da versucht mitzudenken, hört nicht nur zu, überlegt auch, was würde ich machen? Oh, ist das was anderes? Warum ist das was anderes? Wenn ihr nur zuhört, wie gesagt, da entsteht sehr schnell der Eindruck, dass man etwas verstanden hat, aber wenn man es dann in der Partie selbst versucht, ist es nicht mehr so einfach. Und ja, damit kommen wir, glaube ich, auch zum Allerwichtigsten, was ihr aus diesem Video mitnehmen solltet, selber machen. Ganz wichtig, im Schach ganz, ganz viel selber machen. Es ist gut, viele Informationen bekommen zu können und sich vielleicht auch viele Informationen anzueignen, aber am Ende ist die Diskrepanz zwischen etwas mal gehört haben und vielleicht auch mehr oder weniger verstanden und es am Ende in der Partie anzuwenden. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg. Und das ist etwas, das unterschätzen viele. Wenn wir eine tolle Training Session hatten mit unserem Bundestrainer und der hat uns wieder ein paar schöne Stellungen gezeigt und was dazu erklärt, hat man direkt den Eindruck, ich habe es verstanden, jetzt habe ich Schach verstanden und durchgespielt. Und dann in der nächsten Partie merkt man doch nicht. Also es ist alles nicht so einfach. Versucht im Training möglichst viel selbst zu machen, möglichst viele Aufgaben zu lösen, immer mitzudenken, also lasst euch nicht so von irgendwelchen Videos berieseln oder so, sondern hinterfragt das. Zum Beispiel bei mir könnt ihr natürlich auch immer gerne Kommentare dalassen, wenn ich aus eurer Sicht irgendwas Wichtiges nicht erklärt habe. Ihr könnt es natürlich auch einfach selbst überprüfen. Das ist der Vorteil von den Engines heutzutage. Man muss nicht mehr tagelang analysieren, um etwas zu verstehen, sondern man bekommt im Prinzip direkt die Antwort auf den Tisch serviert. Aber man muss da natürlich ein bisschen Arbeit reinstecken und man muss auch die richtigen Fragen stellen. Deshalb, wenn euch was nicht klar ist, dann schaut euch die Züge an, aber schaut es euch so lange an, bis ihr es verstanden habt. Ja, das waren meine Top 5 Tipps zu effektivem Training. Wenn da noch Fragen offen sind, dann schreibt mir natürlich gerne einen Kommentar, wenn ich vielleicht auf irgendwas noch tiefer eingehen soll. Das Video ist jetzt schon recht lang geworden, aber ich kann da natürlich nochmal extra etwas zu machen. Ich wollte nur erstmal einen Überblick geben. Ich hoffe, das war hilfreich. Wie gesagt, wenn irgendwas unklar ist, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr vielleicht ansonsten auch wichtige Ressourcen kennt, die ich hier nicht aufgeführt habe, dann lasst auch gerne einen Kommentar da und unterstützt euch gegenseitig. Und dann viel Spaß beim Training und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ressourcen